Philipp, schnell! Willkommen zurück, nächster Part. Start schnell, wir haben jetzt gerade ein bisschen gewartet, bis ein guter... Ja, warte, 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 es geht 28. Nein, wir können jetzt nicht warten, nein, Florian. Warte, 36. Da kommt doch, schau das einfach nur weg. Das war einfach nur Spott und Hohn. Florian. Warte. Und Hohn. Ich bin dafür, dass wir demokratisch entscheiden. Da, 36. Ja, aber das eine ist, da ist Brise und beim anderen haben wir Regen. Was wollt ihr Brise oder Regen? Regen, Alter, macht alles viel schlimmer. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall gewartet, bis was Schwierigeres kommt, also Level 36. Mein SCK sind Froschmänner, die brauchen das Nasse. Was war das Höchste bisher, 38? Ja, das war zu leicht. Also wir müssen... Hier ist herausgefallen. Wir sind jetzt alle auf Level 7, wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie Level 10 bekommen, damit wir endlich schwierigere Schichten freischalten können. Brennt es ihnen einfacher zu löschen, easy. Da Bombenfunk unter Baustelle. Arbeiter hängen am Seil. Haben wir von euch so eine Alarmbereitschaft-Ding bekommen nochmal? Alarmsignal? Was ist das schnell? Bei Power-Ups. Ich habe nur Teamgeist. Ich habe Rundfunk. Achso, da oben habe ich nichts. Nicht? Ne, mir fehlt eins. Wie, dir fehlt eins. Achso, nein. Da ist ein Hund ein Slot. Ich kann da nichts auswählen. Mir fehlt eins. Mir fehlt nur eins. Schon alles voll. Okay. Okay. Globale Karten könnte ich nehmen. Weniger Schaulustige, aber ich mag Schaulustige. Ich gehe gleich auf den Bombenfunk. Das wird mir jetzt alles zu bunt. Okay, Bomben. Dann gehe ich gleich Arbeiter hängen im Seil. Ich schaue euch zu. Ich schaue euch einfach zu. Denk an den SEK. So, was haben wir da? Schönes Bombenfund auf Baustelle. Bombige Stimmung. Also, wer macht jetzt was? Der Flo ist beim Seil. Boah, der schaut ja viel cooler aus bei dir, Flo. Die hängen da auch echt irgendwie rum. Tja. Sehr schön. Ich entspanne in der Zwischenzeit mal. Kann irgendwie Blödsinn reden. Du, du weißt schon, wie ein Leiterwagen funktioniert, oder? Nein. Wie funktioniert das? Nicht so, wie ich es gemacht habe das letzte Mal. Na, schaut ja eh alles gut aus. Ich mache dann wieder kollabierte Kinder am Spielplatz. Jetzt sollte ich kurz die Regentropfen, wenn Menschen die Unterfallung wurden. 14 Rettungseinsätze haben wir. Stressig. Bin gespannt, ob wir jetzt noch scheitern, aber ich glaube nicht. Wir sind zu gut. Kann nicht scheitern. Halt einfach der Rettungswagen am Bombenfund vorbei. Was ist bei dir los? So, Baustellenunfall. Ah, scheiße. Ich brauche euch. Ja, die Bombe ist auch gerade entschärft. Komm mal. Kommst du? Weil das ist... Was brauchst du? Auch Strom. Holy moly. Ja, ja, ja. Ja, ich komme mit den Ingenieuren. Ja. Ich komme mal. Ich glaube, es reichen vier insgesamt. Du zwei, ich zwei. Ja, es ist nur ein Punkt zum Reparieren. Achso, den seh'n du da drüben. Ja, dann schicke ich meine wieder weg. Ja, kannst du. Du könntest die Schaulustigen mal machen. Ja, genau. Komm, ich schicke mich welche zum Aufschneiden. Das ist ein gefährlicher Querschläger. Das ist gerade neu gekommen. Das könntest du machen. Das ist in der Tat neu gekommen. Ja, Flo, du machst das. Wir glauben an dich. Da drüben müssen wir auch noch reparieren. Da ist ein zweiter, gell? Drinnen. Ja, den machst dann du auch gleich weiter. Ja, ja, sicher. Ich schicke dann gleich mal Sanitäter und Notärzte her. Ich schicke auch schon einen Leiterwagen. Dankeschön. Ich nehme dann noch einen Transporter. Das haben wir jetzt bisher ganz gut hingekriegt. Eine Erkrankung. Sehr gut. Das ist fertig. Fast. Die Crew, die Bewege und schicke. Die Bewege und zurück. Die Bewege. Die Bewege. Die Bewege. Die Bewege. Die Bewege. Die Bewege. Dankeschön. So, jetzt muss ich noch schauen, dass ich da noch einen Transporter brauche. Ich habe gerade nichts. Doch, habe ich ja noch da. Habe ich verschaut. Ist gleich was frei. Passt schon, das ist eigentlich jetzt alles erlebt. Jetzt müssen wir nur noch warten, was da von oben runterkommt. Okay, kannst du alle aufheben? Hast du genug? Ja, hol ich jetzt noch. Dann schicke ich dann gleich alles weg. Ja, eigentlich der dem, da hole ich schnell was, um den aufzuklauen, der da ist. Achso, hab schon. Achso, komm schon da. Kannst sonst, achso, zum Flo schicken, bringt's. Ah, schick's dorthin. Ich mache mal unfallliche Explosion, ja. Komm gleich. Komm gleich. Sie ist auch geil. Wart halt kurz, ich komme gleich. Wie läuft's mit dir, Flo? Alles gut? Alles gut. Schön. Passt. Passt. Safe. Fahrzeug fährt. Okay, bin da. Bist du beim neuen? Ja. Bisschen Feuer. Bisschen Schaulustige Spackos. Bisschen Schaulustige Spackos. Immer hast du Schaulustige, okay? Achso, ja. Habe ich eigentlich schon. Bin schon unterwegs. Geht nicht mehr anders. Ah, verdammt. Verklickt. Du bist das zweite Feuerwehr, Otto. Ah, das ist da drüben. Dann schicke ich die wieder heim. Bisschen Schaulustige. Bisschen Schaulustige. Rettung zur Basis. Achso, die Schaulustigen unten machst du ja auch, oder? Ja, ja. Okay, passt. So. Das haben wir mal. Jetzt brauchen wir ein paar Transporter. Aber bist ihr schon unterwegs? So. Ich bin jetzt auch wieder ziemlich fresh aus. Hast du da was zu... Ich mach schon. Das dauert sonst zu lang. Was ist denn mit Unfall oder Explosionen? Okay, da fangen wir. Äh, Brand im Stadtpark. Jo, mach ich. Okay. Also versuch's, wo gut es geht. Aber ich werde da sicher auch Hilfe brauchen. Du kannst hinschauen, sonst Flo. Da ist eigentlich alles unter Kontra... Oder? Weiß nicht. Wenn du damit klarkommst... Ich mach da unten die zwei noch, ja. Braucht da nur noch... Ich brauche nur noch eine Notart. Ja, ich werde da Löschfahrzeuge... Ach, vielleicht noch ein Löschfahrzeug oder zwei noch brauchen und dann Sanitäter. Ach Gott. Dann schicke zwei Löschfahrzeuge und dann Sanitäter. Warte. Warte. Ich bin auf dem Weg. Nichts. Welche zwei machst du? Ich mach das Gebäude, mach du die beiden Bäume. Das war gerade ein bisschen verbuggt bei mir. Ich finde das rechts daneben. Ja, genau. Hunde ich mal einen No-Ratzt. Und den einen Rettungswagen kannst du wegschicken, Flo. Okay. So, die helfen. Das ist gut. Bzw. ersetzen. So, das haben wir gleich. Kannst du am anderen schicken, Michi? Bitte? Er steht ein Notfall einfach nur rum. Wo steht nein? Bei mir geht es in beide. Achso, der steht. Ja. Macht der Tramkollisionen, oder? Ja, ich gehe gleich. Ich gehe hin. Ich kann dir gleich helfen. Okay, dann mache ich hier oben nämlich mal fertig. Hunde ich? Tief an weg, sie kann eigentlich auch weg. Also, ist eh schon weg, fast. Was brauchst du, Flo? Ähm, Feuerwehrmänner, die das aufschneiden. Fast. Was ist das? Was ist das? Tief an weg. Auf der Seite. Erwählte Instruktionen. Erwählte Instruktionen. Erwählte zur Basis. Erwählte. Achso, nochmal. Sorry. Achso, jetzt hast du auch gerade in dem Moment gerufen. Nein, nein. Ich habe zum Löschen. Ah, perfekt. Passt. So, ich bin eigentlich jetzt ziemlich free. Achso, shit, das andere brennt ja noch. Das andere brauchen wir auch noch. Das ist fertig. Das andere? Ja. Achso, da unten, den habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Okay. Okay. Womit ist der kollidiert? Ah, Tankraum. Das ist komplett. Notarzt soll ich holen? Na, habe ich alles. Okay. Läuft gut. Das ist komplett. Passt. Die schicken wir auch weg. Okay, ich bin ready. Ja, ich habe das doch schon im Griff. Ihr könnt warten, dass es was anderes frei wird. Das ist so schade, dass es nicht so realistische Fälle gibt, wie ein voll Betrunkener, der einfach nur Leute ankotzt oder so. Ja, echt schade. Ich glaube, das sind eher so die normalen Sachen, mit denen die meist die Rettung zu tun hat. Ein Familienhaus brennt, ja, also. Habt ihr. Nein. Habt ihr da einen Griff oder so? Okay. So. Ah, hier. Ready. Will do. Taking damage. Moving out. Ist auch noch warten. New orders received. Machst du denn? Ja. Trügerei. Hey. S.E.K. Da ist eindeutiger Erfolg für S.E.K. Ja. Taking damage. Taking damage. Ach Gott. Okay. Ich bin jetzt auch wieder ready. Ich glaube, ich brauche einen Notarzt. Soll ich den schicken? Ja. Passt schon. Okay. Ich lösche das jetzt noch mal. Mal, der soll endlich diese Kacktür aufmachen. Hätte ich einen zweiten hier holen können. Ist schon mal so kritisch hier. Notarzt komplett. Entstanden. Auf meinen Weg. Entfernung. Eine Notarzt wurde complete. Ja. Ich bin frei. Ich schaue aufs nächste. Sehr gut. Die haben auch nichts zu tun. Auf die Notarzt. Kommt denen noch ein bisschen was auf uns zu? Notlandung. Oh Gott. Ach du Kacke. Ich schicke mal was zum löschen der Sachen. Ready. Ich schicke auch gleich zwei Ingenieure, um das hier aufzuspaxen. Soll ich die auch gleich? Da haben wir die schon voll ausgelastet. Ich schicke irgendwie Sanitäter und vielleicht schon einen Kranwagen. Ja. Schicke ich. So, das haben wir. Der Kran. Äh, der Kran takt ein bisschen Damage gerade bei mir. Einer hilft dir da beim Einlutzen. Beim Reinlunzen. Beim Reinlunzen, dass das mit dem Kran schneller geht. Danke. So, das haben wir gleich. Gut. Ich muss sagen, was ich dir helfen kann. Ich habe gleich ein paar Slots frei. Ich muss da gleich weiter das nächste, ähm... Aufschließen? Ah, nochmal hochheben. Nee, das nächste hochheben. Ich versuche da weiter zu löschen. Mhm. Weil dann kann ich da nämlich dieses Stromproblem lösen. Ja, passt. Ich habe ein paar Slots frei. Also ich hole sonst noch einen Notarzt. Ich hoffe, den Notarzt werde ich auch mal einholen. Das brauchen wir alles. Und Transporter. Warte, Hilfe, oder? Schafft das? Ich glaube, wir schaffen es. Jetzt zu zweit schaffen, ja. So, das eine ist mal weg. Nummer zwei. Ah, da fährt er rein. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, das passt schon. Eine hilft, dass es ein bisschen schneller geht. Ja, oder auch nicht. Ich werde ihn beschützen. Dem. Ich fahrt die zwei da mal. Ja. Ja, der da beim Ding ist auch schon rot, ne? All my way. Komm, ich bin auf den Weg. Wer beim Ding? Beim elektrische Störungen beheben. Der Boden liegt, der leuchtet auch schon rot. Der leuchtet auch. Achso. Verletzungen behandeln. Da ist schon ein roter Ding. Ja, ich habe schon einen Notarzt da. Okay, passt. Die geht schon hin. Ich habe noch einen Notarzt, den frei. Brauchen wir was? Nein, gell? Ich weiß nicht genug, wo du es jetzt fahrt. Wir brauchen nur eine Crew gleich zum Aufschneiden. Ja. Wollst du die Flo? Warte, ich mach's. Ich warte auf den nächsten, hätte ich gesagt. Ja, ist gescheiter, ja. Ich hole den schon. Passt ja, aber ich habe daweil noch nichts. So, den Kran kann ich aber wegschicken. Brand auf Spielplatz. Das ist eigentlich meins. Wobei, naja, brennende Kinder. Soll ich nochmal Notarzt holen? Ja, alles gut, ich habe schon alles da. Was? Du willst ja Floor? Nein, alles gut. Okay. Schön. So. Erst eines kriegen wir noch, dann haben wir das ja auch schon wieder geschafft. Schon? Mhm. Ja. Tankstellenüberfall. Jessica. Und jetzt weg. Ich schicke mal ein paar Polizisten, die dann gleich mitnehmen. Danke. Ah, da hinten müssen wir noch schauen, dass wir reinkommen. Feuerwehrmann. Hol ich schon. Gar nicht so wenig. Gut. Danke. Okay. So. Jetzt brauchen wir genau einen Notarzt. Gerade ein bisschen zu spät gewesen. Kannst du noch einen rufen? Ja. Okay. Eine Erwanderung hat sich zufrieden. Auf meinem Weg. Das wird's tun. Da muss die andere Crew... Ah, die steht daneben. Ah, die ist da hinten? Nee, doch nicht. Sie sind die. Die können zurück sein. Achso, du hast eh schon einen. Ja. Perfekt, dann warst du es eh schon. Jupp. Das ungeschriebene Gesetz. Es muss das SEK gerufen werden im letzten Einsatz. Jetzt will ich aber noch eine schöne Belohnung, bevor ich schlafen gehe. Okay, ich probiere mal die an. Das war die Seite. So auch die Rettungswegelung schicken. Ja, ja. Die hat drauf vergessen. Zeit abgelaufen. Ja. Ach ja. Sehr schön. Jetzt kommt wieder die epische Musik. Es war ein leichtes. Ja, also für Level 50 wäre es jetzt schon an der Zeit schon langsam. Ja, hat er gesagt. Aber wir können ja noch eins machen. Nein. Ich muss jetzt echt schlafen gehen. Ja, ja, das sagst du. Aber. So. Könnte ich sie schon anbieten. Explosionsschutz. Aber ich hole mir noch eine Belohnung. Du 2 Duplikate. Du... Du Duplikate. Du Du... Du Lokane. Du tust immer das Geld erst, wenn du es nimmst, ne? Die Duplikate auch. Achso, ja. Genau. Ja. Ich glaube, das ist einfach eine Entschädigung. So, Level 8 und das hilft uns natürlich nichts weiter. Ich war schon wieder flopsen, die meisten schaulustigen Gruppen aufgenösen. Bei mir, die meisten schaulustigen Gruppen. Da ist Level 39, ich sag's nur, gell? Ja, rein. Okay, ein letztes noch, dann gehe ich wirklich schlafen. Wir sehen uns im nächsten Part. Im letzten, wahrscheinlich. Ciao.